Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Lange geplant, lange in der Umsetzung und jetzt ist es fertig, die neue Tutorial-Serie. Die letzte Tutorial-Serie lief tatsächlich relativ gut und ich war echt mit dem Feedback sehr zufrieden und die ist scheinbar auch echt gut angekommen, was man auch bei den Aufrufen sehen kann. Und deswegen habe ich nochmal Contabo angeschrieben, ob sie denn Lust hätten, nochmal eine zweite Tutorial-Serie zu machen. Natürlich wurde ich da wieder unterstützt. Sehr großes Dankeschön geht natürlich wieder raus an Contabo. Contabo ist meiner Meinung nach nicht selbstverständlich, Leute in meiner Größe zu unterstützen. Finde ich einfach echt eine mega coole Aktion und steigert die Pluspunkte bei Contabo nochmal. Der eigentliche Grund dieses Videos hier ist die neue Website und die neuen Funktionen der Contabo-Website. Und die möchte ich euch ein bisschen vorstellen, das habe ich Contabo versprochen. Es gibt hier auch einen Blog-Eintrag dazu, wo ihr das Ganze auch nochmal nachlesen könnt. Und ja, also auf den ersten Blick erkennt man auf jeden Fall schon, die Website sieht komplett neu aus. Neues Layout, neue Präsentation der Produkte hier unten, neue Farben, ich weiß gar nicht, glaube ich, sogar auch neues Logo. Die Website wirkt einfach deutlich seriöser, professioneller und da möchte man doch gerne, sage ich mal, was kaufen. Vorher sah die nicht so schön aus, auch ein bisschen, ja, suspicious, wenn ich ehrlich bin. Aber umso besser, dass sie die Website jetzt komplett neu gemacht haben. Also hier eigentlich auch alle Unterseiten sind neu in den Farben. Auch das Kundenlogin, der Kundenlogin meine ich. Genau, das war das alte Logo von denen, das haben sie jetzt hier noch drin. Hier ist noch das neue, genau, hier auch das Interface, wenn ich mich da jetzt einloggen würde, ist auch komplett neu und finde ich auf jeden Fall cool. Das Ganze funktioniert jetzt mobil übrigens auch besser. Also falls ihr die Website auf dem Handy aufruft oder so, sollte das Ganze auch deutlich besser angepasst sein. Und eine weitere Sache, die dazugekommen ist, ist, dass man mit Kreditkarte bezahlen kann. Ist persönlich für mich jetzt nicht so relevant, da ich das Ganze mit Paypal bezahle. Allerdings kann es nie schaden, wenn ein Anbieter mehrere Zahlungsmethoden anbietet. Und Kreditkarte ist jetzt eben dazugekommen, vielleicht für Geschäftskunden. Eine coole Sache auf jeden Fall. Ja, kommen wir zu den Produkten. Da will ich nämlich bei den VPS nochmal etwas dazu sagen. Ja, ich glaube, als ich das letzte Mal Videos dazugemacht habe, gab es hier nur diese Kategorie. Und da hat der Server hier noch 3,99 Euro gekostet. Der ist jetzt 1 Euro teuer geworden. Ich weiß gar nicht, ob alle Produkte hier 1 Euro teuer geworden sind, aber sie sind natürlich immer noch mega günstig. Allerdings ist hier bei den VPS eine neue Kategorie dazugekommen, nämlich die Storage VPS. Klickt da mal drauf und ja, eigentlich sagt der Name das schon. Das ist eine VPS mit eben einem großen HDD-Speicher und SSD-Cache. Und wenn man hier sieht, der alte Preis, also 3,99 Euro ist immer noch da, hat jetzt etwas weniger Kerne, etwas weniger RAM. Dafür aber in der Ausstattung hier, glaube ich, 100 GB mehr Festplattenspeicher. Und gerade falls man vorhat, sich irgendwie nur eine Nextcloud oder so aufzusetzen, ist es auf jeden Fall echt eine gute Möglichkeit. Ich weiß natürlich jetzt nicht, wie teuer irgendwie Apple Cloud oder Google Cloud und so weiter ist. Allerdings habt ihr die Daten natürlich nicht in eurer Hand. Und hier für 3,99, 300 GB Speicherplatz ist schon mal nicht schlecht. Ist natürlich nur ein Anwendungsgebiet. Es ist natürlich immer noch ein komplett vollwertiger Linux-Server, auf dem wir eine Website hosten können. Teamspeak-Server oder was auch immer. Worauf auch immer ihr da Lust habt. Und finde ich auf jeden Fall cool, dass es jetzt dieses neue Produkt gibt. Ich habe natürlich weiterhin, kann ich auch nur jedem empfehlen, diesen hier für 8,99 Euro im Monat. Alle Sachen, die ich in meinen Tutorials vorgestellt habe und auch vorstellen möchte, die laufen auf diesem Server hier problemlos. Da kann auch ab und an mal ein etwas leistungsstärkerer Minecraft-Server drauf installiert werden. Alles läuft wunderbar und ich bin wirklich extrem zufrieden damit. Ja, falls ihr auch irgendwie Lust habt, hier bei Contabo euch mal einen Server zu holen. Wie gesagt, ihr könnt das Ganze auch immer nur für einen Monat holen. Hier Mindestvertragslaufzeit ein Monat. Das heißt, ihr könnt es mal einen Monat ausprobieren. Keine Bindung, kein ganzes Jahr oder so, was ihr da bezahlen müsst. Ihr könnt einfach mal einen Monat ausprobieren. Kann ich auch nur jedem raten, da vielleicht auch mal das ein oder andere Projekt auszuprobieren. Weil mir macht es persönlich echt mega Spaß. Und noch besser ist es natürlich, wenn es einen Anbieter gibt, der da vernünftige Preise verlangt. Und ja, und ich kann über Contabo wirklich nur Gutes sagen. Bin jetzt seit mittlerweile anderthalb bis zwei Jahren, glaube ich, Kunde bei denen. Hatte noch nie Probleme, weder mit dem Server noch mit irgendwas anderem Support. Falls man mal eine Frage hatte, gefühlt rund um die Uhr erreichbar. Also ja, perfektes Gesamtpaket. Einen Partner-Link dazu findet ihr unten in der Beschreibung, falls ihr darüber was kauft. Unterstützt ihr mich damit kostenlos. Und wäre ich euch auf jeden Fall sehr dankbar. Gebt Contabo mal eine Chance, probiert es gerne mal aus. Ja, und euch jetzt noch einen schönen Tag.